Der die eine, der immer lacht. Zu denen man eher mit seinen Ängsten, Sorgen oder Problemen rennt. Der immer hat ein offenes Ohr und Macht, dass man sich besser fühlt als zuvor. Der immer hat für alles oder jeden Zeit, obwohl es selbst in dir verzweifelt schreit. Sag es ihnen, sag es jetzt. Auch du bist traurig, müde, verletzt. Auch du brauchst Hilfe, bist allein. Das und viel mehr möchte dein Inneres schreien. Doch du lächelst nur und gibst Rat, was bisher keiner oder selten einer für dich tat. Deine Welt in dir ist dunkel oder grau. Und du weißt, es betrifft Mann, Kind oder auch die Frau. Doch öffnen kannst du dich nicht. Verlierst du doch das Lächeln aus deinem Gesicht. Du fühlst dich ohne nichts, unwichtig, allein. In dir die Stimmen, die Böses schreien. Wie lange hältst du das noch aus? Hast die Kraft, die Stimmen, sie sind stark. Doch du fühlst dich wie in Haft. Wie lange wirst du den Drang widerstehen? Wirst du es schaffen? Wirst du gehen? Die Entscheidung, die Wahl liegt bei dir. Doch du weilst noch jetzt, jetzt und hier? Deswegen möchte ich dir sagen, ohne dich anzuklagen. Du bist vielleicht ein Daemon oder Devil auf deinem Gesicht. Und du denkst, dass du nie älter bist. Aber ich möchte sagen, bevor du beginnst. Du bist nicht alleine. Und du bist nicht alleine. Und du bist nicht alleine. Und du bist nicht alleine.